Das Hotel Holiday Inn Express Dubai Internet City liegt in Dubai in Dubai. Das Hotel Holiday Inn Express Dubai Internet City ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen. Das Hotel weiter. 11 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 11 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,9 von 6 Sonnen bewertet. Hotel allgemein Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.